Ich freue mich auf den Achsenkraft! Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen hier am Ochsenkopf. Scheiße. Servus, da sind wir wieder. Vierter Lauf der Enduro One Serie hier am Ochsenkopf. Kaiserwetter nach einer wasserdurchfluteten Nacht. Ganz schön viele Biker hier, Betrieb am Lift. Also, es kann losgehen. Ja, da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Ja, da sind wir wieder. Ja, das war es mal wieder hier. Vierter Lauf der Enduro One Serie hier am Ochsenkopf. Was für ein geiles Rennwochenende. Top Wetter, gute Piloten und wir haben alles schön über die Bühne gebracht. Wir sehen uns wieder in Wipperfürth, 7.8. Oktober. Anmelden nicht vergessen. Also, macht's gut. Anmelden nicht vergessen.